Willkommen zu einem neuen Video von ManoplessRP. Wir spielen heute Zombies Teil 12 und heute ist einmal bei der TNT-Streep und die MadWise. Hallo! Wir haben hier eine neue Zombie-Lobby und spielen wir direkt mit dem Spiel. Hier hat sich nichts zu viel getan. Das ist auch so wie eigentlich immer. Und ja. Wir warten wieder bis es losgeht. Ja. Sag jetzt Janik, du sagst das, was ich meine, dass du es gleich sagen wirst. Sag das nach der Runde. Sag das nach der Runde. Sag das nach der Runde. Ja. Ja. Wir sehen uns nach der Runde 12 wieder. Ich bin nicht. Nein. 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 So Leute. Wir gehen nachher wieder auf die Base, wo wir uns immer treffen. Äh. Und versuchen jetzt, dass wir nicht infiziert werden. Wir hoffen jetzt, dass wir es schaffen. Wir gehen jetzt dann. Wir gehen jetzt dann. Dieses Mal da kein Kürz mehr. Wer ist von euch das Zombie? Nein. Nein. Nein, oder? Ich nicht. Doch, du auch. Ach, nein. Du blöder. Du blöder. Ja, warte. Du blöder. Ja, alles klar. Ja, genau. Ja, genau. Ihr habt schon über so viele mega viele infiziert. Gut. Hütti. Ich lasse den Dill Jai jetzt mal im Stich hier. Ich war der, wo schon infiziert wurde. Blöder. Nein, was macht? Ja, genau. Alle auf mich. Mich? So. Also. Spielen wir mit. Also. Tun wir jetzt doch mal nacherzählen. Die Zombies Runde ist mega kurz. Glaub ich. Jetzt sind nur noch zwei Villager da. Ah. Ich hatte vorhin ein Fail in der vorigen... In der vorherigen Folge habe ich eine kleine Pfanne. Ja, ich habe das rausgeschickt, weil es mir nicht so gut gepasst hat. Also deswegen, sorry Leute. Aber ja, okay. Was ist daran so witzig, wenn man sich mal versprechen tut heute? Bitte schön. Ja, okay. TNT verpiss dich! Duuwer Spasti, ey. Ja, also. Ja. Wir müssen unbedingt alle da hoch zu dem kommen. Alter, wie die Villager grad bei mir so mega abgehen. Wie sieht's aus? Ja. Gut. Was? Oh ne, klar. Gut, Leute. Hinterlasst ein Abo und ein Like. Und wenn ihr natürlich jetzt sehen wollt, wie wir den lieben TNT trollt, dann klickt auf jeden Fall auf das Video, wo jetzt gleich rechts links am Bildschirm erscheinen wird. Da seht ihr das Video, wie wir den lieben TNT getrollt haben. Und wenn ihr mich abonnieren wollt und so nicht habt, dann klickt auf den Abo-Button. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschö, mit ihr haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal, zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö, tschö, tschö.